Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Willkommen, Kameraden. Hier noch einmal zu einer Runde. Ähm... Hol den Hahn, so heißt es. Hol den Hahn, haha. Jawoll. Ich spiele Lucio, weil wir haben keinen Heiler. Nee, gut, dann spiele ich Lucio. Und danach spielen wir noch mal eine Runde Stellsuche. Mit Hanso. Ja, mit Hanso. Der Bock auf Hanso. Es ist halt viel, mit Hanso. Relativ viel, also mehr gespielt als sonst auf jeden Fall. Ein paar ziemlich coole Schüsse gehabt. Und zwar ziemlich lustige. Da lief mir einmal, da wollte ich gerade auf jemanden schießen. Äh, der Schuss wäre voll daneben gegangen eigentlich im Nachhinein. Aber auf einmal kam da so ein Tracer angebeamt. Plupp. Und ich, genau in dem Moment, lasse ich meinen Fein los. Und die war so schön auf Kopfhöhe. Bupp. War die Tracer-Headshot. Auf die habe ich gar nicht geschossen. Die ist einfach nur vor mir aufgetaucht. Das war so lustig. Ja, das war ziemlich cool. Ja, das war ziemlich lustig. Mit Hanso. Das ist ganz cool. Hanso ist immer für so, für so, für so, für so geile, ähm, für solche Zufallsschüsse. Sehr gut. Ah, die gehen ganz schön ran hier. Das letzte Mal habe ich gewonnen. Da haben wir 2 zu 0 gewonnen. Und dann... Jeho. Cool, danke. Ja. Mein Geschütz war am Ende. Wir greifen unser Ziel an. Zeigen mir, ob wo es lang geht. Lassen wir uns den Schaden. Lassen wir uns den Schaden. Oh, Speed Boost. Und wir haben verdammt overpowered. Höh. Okay, everybody relax Ich hau ab, ich hau ab, nein Ah, genau voll rein Oh, ich hab ja die Heilung an Ja kommt was, ich hab was gehört Aber diesmal ein bisschen mehr Action drin Ja, weil keiner macht mir doch die anderen machen, wie sie mit war Zurück zum Absender Greif das Ziel an Jetzt gibt's was auf die Ohren Was geht das Spiel? Ich bin das Punkt, schärflich irgendwie Ach, jetzt wird's massiv So einfach kriegst du mich nicht Doppelkill Jawoll Gute Wo sind sie? Okay, everybody Relax Schaut mit den Augen Du Oh, shit Ich bin noch nicht so weit Ich gebe mal Gas Ich mach mal Feuerwerk, wo ich Juhu, Feuerwerk Jetzt haben sie ein Best-Gin da links ja wir haben die schlage sehr gut hauptsache das hat funktioniert ich gebe dir noch speed hinterher dann springst du noch ein bisschen genau rennt doch nicht ohne highlighter rein um das habe ich ziemlich viel schein gemacht oder 200 prozenten jetzt wird's zeit für ein bisschen entspannung hallo kommt jawohl ich gebe speed jawohl 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 coolen erfolgt gleich flaggenträger ich hatte letztens so ein richtig geiles play of the game das war so richtig das war richtig geil ich muss sagen das war ich selber nicht habe es nicht gehabt aber ein anderer und zwar war das mit sombra und die hat ja dieses dieses play of the game gehackt und dann und dann kam auf okay play of the game dann kam reaper der gegner hat nur der gegner hat den reaper gehabt und dann auf einmal siehst du halt dieses play of the game vom reaper wie er abtucht und eigentlich auf der anderen seite er vor allem wieder auftauchen sollte und auf einmal wird der wird der bildschirm ganz grisselig und dann kommt dann sombra und guckt dann und winkt dann so rein in den monitor und dann war das eher play of the game gewesen das war voll geil das war dieses gehackt ding so ich wollte jetzt hier erstmal ein match verlassen das war so, das hat keiner mitgerechnet, das hat keine sombra mitgerechnet und das sah so cool auf, dann denkst du okay der reaper hat nämlich auch so eine ulti eingesetzt und dann, okay äh play of the game vom reaper und auf einmal gegrisselt der ganze monitor und sombra steht da und zeigt ihr play of the game das war ziemlich cool ach ja, obwohl kann ich, kann ich auch, das ist ja jetzt neu, man kann jetzt vier da mitnehmen ich hab alles unter kontrolle das habe ich schon ja das war ziemlich, also das war ein richtig geiles play of the game, das, das möchte ich gerne auch mal, also für mich sehen, also wenn ich mal mit sombra so gut gelb' machst und dann gehackt hab ich nämlich glaube ich auch und dann siehst du dann, siehst du dann kommt irgendwer und dann denkst dann denkt der' ah ja, ich hab'n play of the game und dann bü corps unglaub true 45 babb bib boop gehackt sombreそれでは dann hast du nicht die gegell das war ziemlich cool ja so Arnhalt geschrieben, dass ich nicht alles gezeigt habe aber das ist nicht so interessant weil hier hat er nämlich nichts Siegerposen hat er nämlich auch nichts, das Einzige was er hat ist die Sprüche Jeder Hahn kräht in seinem eigenen Stall. Ja, mehr hat er nämlich nicht. Sprays habe ich jetzt hier das andere dazu. Highlight-Interesse gibt es auch nicht. Das gleiche für, was hast du geschrieben? Symmetra. Symmetra hat auch nur den Skin. Emotes hat sie keine. Siegerposen hat sie auch keine neue, nur Sprüche. Alles Gute und viel Erfolg. Ja, mehr hat sie auch nicht. Es gibt, die sind sowieso übergreifend, also erst nicht so viel verpasst. Oh, ein Übungsgefecht. Habe ich jetzt öfter tatsächlich? Ha, die May. Ist das nicht ein geiler Skin oder was? Ha, den habe ich mir gekauft. Den habe ich leider nicht gefunden. Den musste ich mir kaufen. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Ich hatte auch ein Spiel, auch hier, das war ein richtig coole Spiel, nicht vom Gameplay her, aber da waren Torbjörn und ich als Tracer. Und vielleicht schneide ich, kann ich das hinterher reinschneiden? Ich weiß es nicht. Torbjörn und ich waren, äh, Torbjörn waren der Gegner und ich als Tracer. Und dann, ich war hier oben. Ah ne, der Torbjörn ist hier hoch und ich bin dem Torbjörn gefolgt. So, und er steht dann da und guckt und setzt sich hin und winkt und so. Und ich auch mitten im Spiel, unten drunter, alle sind voll am Sterben, am Kämpfen und so. Und der Torbjörn und ich stehen da und winken und hallo, machen E-Mails die ganze Zeit und so. Aber irgendwann kam so ein blöder Affe und hat mich angegriffen und getötet. Das war so scheiße. Das war so scheiße. Nein, jemand hatte mir Hanzo weggenommen. Ich wollte Hanzo. Ah, das war so schade. Jemals war das, kann man sehen, es gibt auch nette Leute, wo der mitten im Kampf, also, Schiri und Burrito waren dabei, die waren alle unten am Kämpfen, am Sterben. Und ich stehe mit dem gegnerischen Torbjörn nach oben und mache, und mache solche, solche E-Mods die ganze Zeit und hallo. Und das, das war echt cool. Das war echt, das war echt nicht. Bis halt, da kam Winston, gegnerischer Winston kam an und hat mich dann getötet. Weil ich, weil ich hab dann auch gesagt, auch zum Winston hallo gesagt und ich hatte die Hoffnung, dass er da mitmacht oder so. Aber nein, Winstens sind alle böse. Abgrundtief. So, ich werde mich jetzt hier mal verdönisieren und von der Seite ein bisschen warten. Da ist eine Widow. Fuck. Da fühlt man sich wie neu geboren. Da fühlt man sich wie neu geboren. Ah, fuck. Die scheiße Widow, ey. Scheiße, die scheiße Widow. Mann. Tod gesagt, wir leben länger. Ja, Fang habe ich in letzter Zeit auch das öfter gespielt. Ähm. Ja, war ganz cool eigentlich sogar. Also, hat Spaß gemacht, sagen wir es so. Ich bin doch nicht da oben. Was? Konnte ich nie sonderlich leiden. Nicht bewegen. Vielen Dank. Gerne geschehen. So, ich hau mich hier wieder in den Hintergrund. Da kommt was. Hätte ich auch was? Ich höre überall Leute. Nein, scheiße. Wie hat er denn das gemacht? Hat er Headshots gemacht? Das ist ja unglaublich. Man lernt nie aus. So, ich muss aufpassen auf die Widow. Oh, die ist da oben. Ja, sehr gut. Weil ich da... Äh, weil, weil... Wenn die Widow da ist, dann will ich nicht meine Ulti ansetzen, weil die Head... Die Headshuttet mich. Das ist eure gerechte Strafe. Deswegen. Die Stunde hat geschlagen. Ja, dann halt so. Ich reiß mir das Ziel unter den Nagel. Shit, nur mit drei Leben. Dann müsst ihr euch schon mehr ins Zeug legen. Ryujin-no-keu-wo-kürae! Die Widow kann mich nicht ab... Die schießt immer auf mich. Aber ich treffe ja auch nichts. Scheiße... Ja, da oben war sie. Die Widow haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ist aber ein spannendes Spiel. Jetzt müssen wir langs... Nein! Keiner von uns da. Der Contesten könnte. Die Runde verloren. Ah, schade. Punkt der Stand. Null. Zu eins. Und ansmal bitte! Aber war ein geiles Spiel. Also, ganz cooles... Aber ich komme nicht an meine Triff-Rote-Quote dran. Was... Äh, naja. Ich habe mich heute auch nicht... Ich bin auch gerade vom... Vom braunen Kohlwandern zurückgekommen. Und sofort angefangen. Weißt du, dein Sörkelfeuerwasser ist gar nicht mal so schlecht. Aber mir ist Alkohol mit ein bisschen mehr Dampf lieber. Wie vorhersehbar. Ein plumper Geschmack. Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Den Spruch habe ich auch nicht... Das habe ich auch noch nie gehört. Also manchmal kommen... Ich weiß nicht, ob die da immer wieder neue Sprüche reinhauen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal echt lustig. So, komm, schlug die... Nicht nur die Widow, sondern auch hier der... Der Meer ist da... Oh, fuck, ey. Hä? Scharf, Schätze. Wer zieht uns jetzt aktiv? Ich treffe gar nichts. Was ist denn hier jetzt los, ey? Sonst treffe ich mal so gut. Hey! Jetzt muss ich auf Soldier wechseln, um mich erstmal ein bisschen einzuspielen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Unser Pump wird angegriffen. Nein! Bleibt, geht drauf, genau! Shit! Roadhogs! Ich hasse Roadhogs! Nein, bleib auf dem Punkt! Die sind... Oh, nee! Dann müsst ihr euch schon mehr ins Zeug legen. Der Drache sieht euch! Ist mir egal. Da kann ich mir vielmehr auch vor mein Haus kacken. Heilung! Wieder schön zusammengefliegt. Ne! Hat... Warum hat denn die nicht funktioniert? Den... Gut, ich wäre sowieso tot gewesen. Der Drache verschlingt euch! Zurück in den Sattel! Zurück in den Sattel! Den nehmen wir mit! Vielleicht wollen die auch mal Mars gibt, weil die spielen unsere Gegner. Das gibt's doch nicht! Weil es der Ding ist... Zurück in den Sattel! Das Ziel gehört mir! Klar! Die war da! Wieso Wall? Wieso Wall? Das war wunderschön! Ich hab' dich im Visier! Ich hab' dich im Visier! Ich hab' dich am Eisbingel dabei! Das kann ich mit geschlossen! Man lernt nie aus! Verteil' dich den Punkt! Hab' ihr ja gesehen! Die war da, die Fahrer! Und ich hab' sogar zwei drauf geschossen! Ja! Ja, aber zu mir kann ich sagen, ne? Und vorher schon mal eine Rakete reinballern! Wir haben noch ne' Rechnung offen! Wir haben noch ne' Rechnung offen! Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Das ist unser Punkt! Haltet! Halt! Los! Jetzt ran da! Ich muss! Niederlage! Ja, keine Lust! Ich musste mich sowieso auf den... Oh, auf den Sätze hier... Aber das ist das erste Mal, dass mich hier mal als Hacker bezeichnet! Ich sehe das mal als Kompliment! Bei Sveto hat man mich auch schon mal als Hacker bezeichnet! Mehrfach sogar! Ich weiß nicht, ob man mich sogar mal gemeldet hat, deswegen aber keine Ahnung! Ich hab' nie ja... Aber das war die nie nötig! Das war alles trainiert! Über Jahre! Fünf Jahre! Bei Sveto soll ja dann wieder eine neue Story kommen, hab' ich gelesen! Da muss ich mir mal genauer durchlesen! 29 Prozent! Karrierendurchschnitt 39 Prozent! Man merkt schon, dass ich nicht vorher im Trainingsbereich war! Das merkt man ganz deutlich! Hätte ich vielleicht auf Soldier Augen machen sollen, da hätte man... Da hätte ich im vollen Lauf schießen können! Also hätte ich wahrscheinlich noch mehr getroffen! So, jetzt aber... Anso! Jetzt haben wir uns ja... Ich hab' mich ja jetzt gar nicht warm gefühlt! Also ich bin nicht warm geworden! Verteidigung ist Hanzo! Warum nehmt ihr immer mal Hanzo weg?! Sowas Gemeines aber auch... Nö, Highlight spiel' ich nicht! Ich könnte Zaya spielen, weil das ist ja die, die ich mit üben wollte, aber... Ich seh grad, Remma ist seit drei Tagen offline, das geht ja gar nicht! Mann, es ist Event, da muss man doch grade spielen! Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen! Und hinterher sind sie immer traurig, dass man die Skins nicht hat! Diesmal wird der Anshu mir gehören! Der Anshu! Hat Brickgeld in meine Bauchnabel! Weg! Nicht One-Way-Ticket! Fashion Week! Ja, da bin ich auch! Ich hab' den Plan ab! Und der Weg wird unser sein! Hä? Hier wollte ich auch nicht hin! Ich wollte hier hinten! Angreifer in 30 Sekunden erwartet! Nein! Nein! N-E-I-N! Nein! Ich hab' große Pläne mit dir! WTF? Tja! So hab' ich mir das vorgestellt! Tja! 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 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich! Verteidigen sie C von A! Tja! 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 Heilung aktiv! WTF! Wir diskutieren ob ich hier hecke, ey! Punkt 2. Punkt 2. ğ bird decisions 2. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 3. Punkt 3. Punkt 4. krass so schnell wirst du verdächtig weil der nicht mitkriegt dass ich ihn gesehen habe ich habe ihn mir außen sogar schon zweimal angehittet und das hat er nicht mitgekriegt und dann werde ich jetzt als Hacker bezeichnet das gibt's doch wohl nicht das ist ja wohl die Höhe wahrscheinlich reporten sie mich jetzt nicht aber wenn er kein Hacker ist dann wird er wohl nicht gebannt werden das gibt's doch nicht oder danke da wird die Tracer wieder ich sag die das sollte helfen mein Geschütz wird angegriffen lasst uns loslegen jetzt sagt die Vido ne, ich sag die Tracer auch noch Hacker ja, ich hab, du kannst mich nicht gesehen haben ich hab aber Ohren, das gibt's ja nicht Vor mir kann sich niemand Verstehen Könnt ihr dich durch mein Schiff gesehen haben durch sein, ich hab den, verdammt ich hab die verdammte Fahrer nicht durch sein Schiff gesehen der ist vor mir voller geflogen man und ich hab noch zweimal auf ihn geschossen da gibt's ja auch nicht, oder? da komm ich nicht drüber hinweg weg an dir kommt keiner vorbei lasst uns loslegen das sollte reichen oh nur ein Vorgeschlag auf die Seite mein ultimativer Angriff ist bereit ja, Kali, Kali töte die alle und ich bin der Hacker, oder was? ja ne, ist klar mein ultimativer Angriff ist bereit schnappt euch die Rüstung so, was kann ich immer gebrauchen nehmt die Rüstung schnell hier wollte ich nicht lang ah, Rüstung gibt's ja wohl nicht da komm ich nicht drüber hinweg ja, aber eigentlich ist es eher ein Kompliment dann nehm ich ultimate beinahe Einsatz bereit noch 60 Sekunden ich könnte Rüstung verpacken ich schreib dich hin wie ich sie und bin weg und wähle mich erkenntlich zu ich gebe uns etwas Schutz nur ein kleiner Kratzer hallo vor mir kann sich niemand verstecken noch 30 Sekunden halte durch die Zeit ist fast abgelaufen Oryx der Hacker Junge, Junge, Junge da muss ich die ganze Zeit dran denken das ergibst du ja nicht wenn ich hack, ich hab das gar nicht nötig das ist ja auch voll langweilig wenn ich jetzt, wenn ich hack, das ist super langweilig zu hacken, wenn jetzt ja, ihr Kalibbern tötet alle und ich bin Hackermann schnappt euch die Rüstung Sie Highlight des Spiels das muss ich das muss ich ja im Moment mal fürwürfen das muss ich ja gerade mal schreiben Ryo, Ryo wakateki okurae stopp, Kinn tja Machen Sie sich bereit zum Angriff Wählen Sie Ihren Helden Machen Sie sich bereit zum Angriff Junge, Junge, Junge wie viel hab ich denn jetzt? Ach egal, ich lass das hier durch nochmal Numbani, komm her, ich spiele Heiler Junge, Junge, Junge Vielleicht decke ich ja jetzt auch als ähm äh, als Mercy gibt's denn nicht Systemstatus berichten Alle Werte im Ursch bereit Ich bin einsatzbereit Hallo, wie steht's? Selle Langsam Das wird lustig Da bin ich mal auf eure Reaktion gespannt Das kann doch nicht sein Will die das nicht mitkriegen, dass ich den hinten Dass ich den hinten angreife Die waren erst allein geflogen Ich hab zwei Mal geschossen Und getroffen Und dann kam der da Ist er ins Haus rein geflogen Das gibt's doch nicht Ah, Kelly Byrne wieder dabei Er ist, äh, haupt, hauptberuflich wieder hoch Haben wir nen Tank? Nö Naja, warum voran, mal gucken Gibt's der aber nicht, naja, das ist Da muss ich jetzt... Uh, 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 uh Wäh, gute, jetzt ran Wäh, gute Hallo, ich bin die Widow, ich bin hier Dann gebe ich der Widow jetzt, weil der scheint zu wissen was er tut Heilung Ich brauche nicht zu aimen um zu treffen als Mercy, ich glaube ich hecke So, wo ist er, da Wo ist er, wo ist er, wo ist er, kommt, kommt zu mir rein Ihr nehmt mir die Heilung, Bett, ich krieg so nicht mal ein Ulti Da, hier Jetzt bist du zu spitzleistungen Das ist kein Fake Die Fracht hat den Checkpoint erreicht Ich brauche Hilfe Feinfantakt Ich kümmere mich um die Fracht Merci So Heil Strahl aktiviert Hau rein Ja, mein Ulti habe ich, zum Glück Verteidig die Fracht Sammeln Ich bin verwundet Dann wollen wir dich mal zusammen Ja, wo bist du denn? Oh da Vielen Dank Nein Ah fuck, da wollte ich grad hinspringen Ich wollte mich grad in Sicherheit springen, aber ich schon tot Schade Ach, die Wunder der modernen Medizin Sie haben dort ein Geschütz Los, die Fracht muss weiter Von mir kann sich niemand verstecken Wo tut's denn weh? Ah, gut auf doch Gut ist das Feindliches Geschütz Kommt her und heilt euch Sieht so aus, als hätte ich es dir angetan Ja, ich stehe auf dich wieder auf Nein Was, fuck Ah, da war ich vom Hintern der Video abgelenkt Ich hab doch hier was Seitlich gehört Ah, da ist er Da war sie Ich hab doch Da hab ich doch richtig gehört Voll ins Maul geschossen Weiter, weiter Nicht nachlassen Oh Das war die schnelle Genesung Ana, bereit zum Gefecht Oh, das haben sie ein Bestchen auch noch? Jetzt machen wir kurzen Prozess Ja Voll aufs Maul Ja Wo tut's denn weh? Die Fracht Oh Helden sterben nicht Alle Mann Versorgt hier eure Zeit wird sie sich aktiviert Feindliches Geschütz zerstören Jetzt gibt es eine Abkühlung Die Stunde hat geschlagen Ich 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 war doch schon weg Ich Valkyrie online Die Fracht bewegt sich nicht mehr Feind gesichtet Heilstrahl aktiviert Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen Oh Der Winter kommt dieses Jahr früher Fühle dich wie neu geboren So Was machen wir jetzt? Ja Tank werde ich jetzt auf jeden Fall nicht nehmen Weil dann fehlt auf jeden Fall ein Heiler Wir haben noch Doch wir haben noch einen zweiten Ich könnte theoretisch einen Tank nehmen, aber Kann sich ruhig mal irgendwie anders Äh So bewegen Oh ja geil Und ich hab keine Routine Ich hab' ab Feindkontakt Du brauchst das ärztliche Versorgung Darum Darum sind sie alle drin Da kommt bestimmt gleich die Mei wieder Schadensboost aktiviert Du solltest nicht jedes Mal kämpfen bis der Arzt kommt Das sollte helfen Gut Vitaminspritze gefällig Du hast das im Griff Ich päpfe dich wieder Helden sterben nicht Zeit für einen soliden Bild Heilstrahl aktiviert Ich bekomme immer als ich weh Schon mal eine Eiswand Ich bin so ich gerade Ich muss mich ganz schön konzentrieren gerade Dass ich hier nicht sterbe Mei bleibt da Jetzt gibt es alle Akküler Ich brauche Hilfe Fremd Ah Danke Ja Umzingeln von 2 3 sogar Dr. Mercy wieder im Einsatz Schaden verstärkt Du brauchst das ärztliche Versorgung Gute Wahl Gute Wahl Gute Wahl Vitaminspritze gefällt Ultimative Fähigkeit einsatzbereit Kommt her und lasst euch stabilisieren Dann wollen wir dich mal zusammenflicken In uns war noch ein McCree Ich hab noch McCree gehört hier irgendwo Schaden erhöht Nach 60 Sekunden Ich werde angegriffen Ich päppel dich wieder auf Ich päppel dich wieder auf Schon mal eine Eiswand hochgeklettert? Taktisches Wies hier Jetzt bist du zu Spitzenleistungen fährt Von mir kann sich hellen wir verschieben Neeeee Verzeih Schaden verstärkt Ach Da fühlt man sich gleich wieder jung Nach 30 Sekunden Oh shit Doch das wird nur Sterne Ich bin hier Nanoboost Indizier Wir sind ein super Team Immer unterbringt sich jemand bei der Arbeit Die Stunde hat geschlagen Ach da war Das wird noch ein besseres Skill of the Game Dings of the Game 5 oder 6 gleich Die Stunde hat geschlagen Fünffach Hahaha Alter Ja Die Wunder der modernen Medizin Niederlage Krass Highlight des Spiels Huch Nein Huch Huch Meine Die Stunde hat geschlagen Fünffach Jetzt wird massiv Hahaha Ich wünschte ich würde das auch mal so machen Huch 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 Ja das kenn ich Spielenden Schrott zusammen Kenn ich sehr gut Jo aber das wars jetzt erstmal Und äh ja Wir sehen uns dann das nächste Mal wenn ich wieder äh Am Hacken bin Also Bis dann Ciao